Ich dachte, das wär jetzt einfach nur so'n Raum. Guck mal, nix. Warum? Keine Ahnung, ich stand direkt neben mir und hab direkt draufgeknallt. Keine Ahnung. Der Park. Na, ich musste nachladen, das war das Problem hier. Achso, hier musste ich auch noch... Komisch, ey. Guckst du, sonst steht das doch immer Safe-Room aktiv? Ja, dann sieht man nicht. Ne, wundere ich mich eigentlich. Aber, überleg mal, hier liegt ein Muni rum, hier sind Waffen. Ja, hätte man eher draufgekommen können, ich weiß. Ja. Na, aber manchmal liegt's auch einfach so rum. Hm. Wo oben eigentlich noch was? Ne, ne, jetzt kannst du, jetzt können wir hoch. Beziehungsweise, vorher ging grad nicht hoch, hier war schon was. Guck mal, jetzt geht nämlich die andere Tür auf, siehst du? Ja. Alter, Rochelle. Wow. Geil, Polizeiknüppel. Ach komm. Na, guck mal. Da kommen die alle. Ach, hier. Oh, die sind auch ein bisschen weit geflogen. Mhm. Geil. Boomer Kotze. Boomer Kotze für mich. Jockey oder Hunter? Das ist ein Jockey. Geil. Geil. Das ist ein Jockey. Und da kann Hunter, den mich auch hingeschossen haben. Das ist ein Jockey. Geil, weg, nimmis. ja ja klar warum nicht ein bisschen kann man auch noch zu noten abladen so warte mal ins klo schmerzmittel das ist auch meins da geht es nicht rein so gehen wir getrennt durch oder wirklich gemeinsam gemeinsam hallo sangst mollon trotzdem jedoch näher dran fröhliche weihnachten überall seid so gierige affen also was das für ein sniper fett bin ich ja voll dafür die sterben hunter eine hand war ja meiner verleihung was drin eine bratwaffe ja alle brot von der toll bei den weibsten auch nix dann wird und ich will eigentlich den partner durchgehen vielleicht ja ist klar war ich nicht ich bin hätte ich auch gesagt hatte legt du bastard alter nick er wenn ich davor heiskalt toll der jungs so seid ihr hallo hier drin ja toll ich geh ich habe nichts gesehen geht mal weg hau ab was ist das hier weiß ich nicht messer knüppelstück hier ist oben der ak obwohl ich das sniper eigentlich geil erfinde obwohl gib her damit ich geh mal noch kurz in der mitte vielleicht ist ja irgendwas wurde die munition ja wo ist er also nicht bitte okay wow smoker und splitter nochmal weg smoker ich liebe pferde meine junge alter ich wollte gar von hinten weg snipe an was hast du für eine waffe genommen ganz normal so die ak gesehen hat er warte mal bin haben wir denn als erstes er war egal die halt sich dann halte ich schon den jockey auf dem kopf ja hau ab mein splitter mein schatz warum rennst du eigentlich in der neue sniper holen weil in der gasse da kam ja und und sie mitkommen das ist eine safe oder das war klar schweine beide kohlen des turms nein wir müssen zum turm ende ja lauf einfach das war das haben wir extra gemacht oder ja haben wir das war volle kanne extra waffe wählen apropos handy nein vor mir vor mir vor mir ich muss mein handy ausmachen erst jungen alter was weiter 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 ich kann nicht ich konnte nicht schon feststecken ich übernehme einfach aufpassen weil mich ja was passiert denn da jetzt weiß ich nicht weißt du was ja ja meine bitte geht mal runter die wollten alle gerade hochklettern alle drauf auf den 1 ich glaube wir müssen hier vorne rein hatte man entweder da vorne oder hier links leichen ja wir müssen wahrscheinlich ich guck mal gerade ob hier irgendwas ist ich schaue ich schaue ich schaue nein ist nix du kommst natürlich wieder gierig hinterher nein 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 hier vorne beim alarm tanz für mich jetzt das video mit dem zombie wo die man drauf schießen und der tanzt ja da vorne warte mal warte mal da war so nachher irgendwie legt das bei mir ein bisschen oder wenn ihr zum wieder innen dann hakt das so ein bisschen sind jetzt los oder ich hab dich nicht gehört ja das leckt irgendwie gerade durch den gott und ich höre nichts ich höre nichts nenne habe ich nicht gehört das hat er die sniper dann trifft er damit ja gut kann ich dann verstehen ausnahmsweise was nimmst du ja toll wie immer ganz weit unten ja ja gut da habe ich ja auch voll getroffen nachher und du bist immer noch da drin na ja das ist beim laden bin ich